Helikopter. Die fuhren doch nicht hier durch die Halle. Nicht gut. Oh shit. Oh shit. Ich hab nen Granatenwerfer, mehr kann ich auch nicht machen. Haben wir ne Waffenkiste. Aber nicht mal. Die droppen mir gleich rein. Ich lass die kommen. Ich lass die kommen. Feind eliminiert, ihr habt voll rein gefeuert, alle platt. Jawoll, da fallen die schon tot runter. Oh, ich hab durchgeschossen, mehr oder weniger. Jawoll, wenigstens ein paar. Wir haben die UMP, die können wir nutzen. Fuck, ich mach mit dem kurzen Prozess hier. Fast geschafft ist gut. Gut gemacht. Ich hätte schon viel eher feuern können. Aber ein Heli hab ich komplett ausgeschaltet, was Soldaten angeht. Nicht schlecht. So ein Baseball ist die Granate da reingeflogen. Das ist kein Baseball, war so eine richtige Granate und das Ding auch explodiert ist. Puh, ich warte hier, dass was passiert und da hat nur einer überlebt. Wir schnappen uns jetzt auch noch. Oh, ich sag, schieß mal. Ein paar Kugeln kann ich einstecken. Moment, ey. Ist der hier? Ich weiß es gar nicht. Oder ist der weiter vorne? Irgendwo scheint der sich ja zu verstecken. Oh, die ewige Suche nach dem. Der kann jetzt in jeder Ecke sich verkrochen haben. Ah! Nie besser. Wow! Wo kommt der denn her? Pff, ausgeknipsen. Was ist mit den anderen beiden? Die haben uns alle gefangen. Wer zum Teufel war denn da? Die hätten doch schießen können. Nice! Wir wollen uns alle begleiten. Scheiß auf! Du bist nicht loyal! Du arbeitest mit Chang! Nein! Chang ist mir scheißegal! Er wollte Jinjis Tod. Es war meine Mission, ihn zu beschützen. Pja! Und was hat es ihm gebracht? Er ist todverdammt! Nein ist er nicht! Verdammt die Kindsköpfe! Wenn ihr nicht drauf gehen wollt, hauen wir jetzt ab! Nennt eure Waffe! So sieht's aus. Ich wusste von Anfang an, dass sie uns helfen wird. Es sah aber alles ziemlich real aus. Als die wirklich Scheiße gebaut hat. Nice. Ich hab sogar Geschenke von der. Was bringt dir die Freiheit, wenn du erfrierst? UMP ist jetzt nicht mehr so toll, wir brauchen ein Sturmgewehr. Das Ding hatten wir noch gar nicht, aber das ist auch super, super schlecht. Wir nehmen es aber trotzdem mal. Boom! Ich hab den noch... Meine Güte, immer der zweite Schuss. Ist ja gut. Unbesiegbar bin ich. Helikopter, da hab ich schon ein Rezept dafür. Willst du jemanden abzeilen? Du fliegst einfach nur stylisch daher. Oh, jetzt sind aber viele. Jeder Schuss, ein Kill. Oder auch nicht. Fuck, 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 ich muss hier weg. Zu offensiv, zu offensiv. Nice, Silber ist mir sicher. Oh, A3. Stellt Audi schon Waffen her, oder was? Leute, ey. Ich brauch einen Raketenwerfer. Ich hab nur... Ich hab nur... Na, toll. Naja, besser als nichts. Die knicken. Oh, schön. Adrenalin-Kill. Geht nix. Das bringt absolut nix. Ich muss das Ding sprengen. Alter. Oh, toll. Ich hab vergesst nen Headshot. So, wie mach ich das am besten? Oh, wir können hier direkt runtergehen. Perfekt. Tu das. Ich bring Z4 an. Zwei dürften es reichen hier. Zack, zack. Wir sind weg. Warte, Hölle. Erstmal das ausräumen. Machen wir das am besten. Reinschießen. Und zwar blind reinschießen. Einfach nur so. Reicht vollkommen. Dafür hab ich die Sniper mit. Oh, shit. Die lassen sich nicht mehr in Ruhe. Na, friss mal. Beide erwischt. Meine Güte. Kann ich nicht ranzoomen? Ich glaub mit der Sniper. Oh, doch. Keine. Perfekt. Aber das tötet nicht auf der Distanz. Um auch immer, dass es jetzt nicht tödlich ist. Ihr Schweine mit den Granatenwerfern. Ich bin da sehr stolz drauf. Shit, shit, shit. Die haben uns so ziemlich hier in den Giener gepinnt. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Da ist noch einer. Leck mich mit deinem Granatenwerfer. Sniper geht ab im Singleplayer. Ich muss sagen, die ganzen Multiplayer-Maps sind bisher nicht so weitläufig. Das find ich ein bisschen schade. Aber nach dem Singleplayer, wenn wir den auch noch ausführlich spielen. Oh, nein, ich muss nachladen. Das gibt's nicht. Und dann schieß ich auch noch daneben, mehr oder weniger. Ich hab's ja nicht getroffen. Oh, fuck. Wenn das so weitergeht, kommen wir hier nicht mehr lebendig raus. Zu viele Einheiten werden hier gedroppt. Ohne misslich, warum ne Waffel mit richtig, richtig viel Munition. Ich denke, ich werde auch in eine MG gehen. Dann kann ich auch mal richtig hier durchpratzen. Jawohl, aber nicht alle auf einmal. Und ich hab keinen gekillt. Arsch. Lass euch gehen mit drauf. Da kann man ja mal wieder nicht durchschießen. What the hell, das geht wirklich nicht. Hallohin. Hallohin. Ja. Oh, schießt mich an und ich baller daneben. Mir die Kills sind vorher hier versaut. Ich hab die Gondel fast erreicht. Einfach reinbratzen. Gold, jawohl. Kann man auch noch auf Platin kommen? Ich glaube nicht. Gold müsste das höchste sein. Eine Waffe frei läuft doch. Komm schon, ich bin bei der Gondel. Wir müssen die nur noch aktivieren und dann sind wir hier weg. Ey, das ist mein Platz, Dima. Ich bleib nicht stehen. Pass bloß auf. So, jetzt kommt noch ein Helikopter, der schießt die Gondeln ab und wir sliden den Berg runter. Das haben die doch gleich durchgeballert. Und bollert den mit Raketen ab. Oder Kanade. Bis es kaputt geht. Ich wusste es. Ich wusste es. Wir stecken fest. Ich lad schon mal nach, ne? Ich hatte nicht ganz unruhig mit den Helis. Mal gucken, ob wir auch den Berg runter sliden. Komm. Halt still. Und es geht abwärts. Mehr oder weniger sind wir sogar den Berg runter geslidet. Ich bin am Leben. Der Vosel ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns zuerst nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tune Stone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Wir werden hier verrecken. Wir bleiben zusammen. Und am Leben. Wow, direkt wieder eine Action. Die sind sogar da rausgekommen. Oh yeah. Ist das weit, bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt eine neue Getät? Aber weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kamen Chase Treppen und branden ihr Dorf nie. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Das war, muss ich sagen. Das wusste ich nicht. Lass auf, Hannah. Es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Boah, gut, dass der uns nicht gesehen hat. Warum auch immer. Jetzt geht's richtig los. Das sind die kleinen Kämpfe. Haben die uns gesehen? Ganz ruhig. In den Gassen. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus. Es sind so viele, verdammt. Leise, Marie. Komm, los, los, los. Bewegung. Wen zum Teufel schleppt der da? Aber es geht ab. Hä? Alles okay? Okay.